Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast zum heutigen Video. Sollte man Bitcoin jetzt kaufen in diesem Dip, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die Angst im Markt zu kaufen? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie Altcoins und Bitcoin gerade aussehen, während der Aktienmarkt die Aktienindexe und Einzeltitel hier wirklich auf den traditionellen Finanzmärkten Richtung All-Time-Height ziehen und ob man hier jetzt diesen Rückenwind aus dem Aktienmarkt und ein Nachziehen von Bitcoin hier erwarten könnte, und somit relativ einfaches Spiel auf All-Time-Height hätte. Oder ist die Gefahr hier jetzt noch nicht vorbei und genau unser Support, den wir hier in dieser Seitwärtskonsultierung hatten, wird jetzt zum Widerstand und niedrigere Preise werden dann tatsächlich noch die kommen. Ich möchte dir heute einen gesamten Überblick zusammenfassen, geben über Liquidationen, was gerade am Markt passiert. Die deutsche Regierung und Mt. Gox, die natürlich als Abverkaufsgrund hier ganz groß im Vordergrund mit drinnen sind und natürlich auch drauf schauen, was machen die Wale, was machen die ETF-Akkumulationszahlen, wo kann uns irgendetwas in die Kaufrichtung retten. Denn das Ganze war eben erst eine 25% Korrektur und teilweise in einem Bullrun gibt es noch größere Korrekturszenarien, wie man das Ganze am besten spielen kann und was ich mit meiner Long-Position mache. Das zeige ich dir im heutigen Video, dementsprechend gerne abonnieren, gerne teilen und ich lade euch natürlich wie immer gerne dazu ein, unter den ersten 19.000 Abonnenten dabei zu sein. Richtig cool mit euch gemeinsam in den Bullrun reinzugehen und natürlich auch über Long-Positionen zu reden. Denn genauso wie wir in den Bodenbereichen des Bärenmarktes hier bei unter 20.000 Dollar ordentlich Long-Positionen gesetzt haben und irgendwie mit großer Vorsicht vor dem Total-Crash hier Long-Long-Long gesetzt haben und sich das Ganze sehr gut ausgezahlt hat, sind wir im Endeffekt auch hier in den Preisbereichen von um die 40.000 bis 40.000 Dollar Long gegangen und haben hier schön bei über 67.000 Dollar unseren Profit gesetzt. Aber ich denke, der Bullrun ist noch nicht vorbei. Wir sind jetzt von 73.000, 20.000 Dollar runter korrigiert auf knapp 53.000 Dollar und ich persönlich habe diese Seitwärtsbewegung dann selber immer wieder mit Long-Positionen ein bisschen vergrößert und auch hier in den Order-Details seht ihr, hier habe ich nochmal bei 55.000 Dollar zu meiner Long-Position ein bisschen was hinzugegeben, sprich um 10% hier vergrößert, was auch seit Anfang an der Plan ist, obwohl wir nahe der 70.000 Dollar Marke gestanden sind, haben wir Limit Orders bei 60, bei 53, hier habe ich hochgezogen, auf 55 gezogen, jetzt haben wir immer noch zwei Limit Orders hier im Preisbereich von knapp 50.000 Dollar, das sind hier zwei Stück, die bleiben auch genau hier bei den 50.000 Dollar Marken, weil wir eben von Anfang an mit dem Risiko und der Volatilität für Bitcoin hier gerechnet haben und immer auch viel Downside mit drin sein könnte und ich habe mich definitiv auf beide Szenarien hier eingelassen. Sollte der Bull Run losgehen, haben wir perfekt nochmal weiter die Long-Position eröffnet und nehmen Kursgewinne doppelt und dreifach, je nach Hebel natürlich mit und sollten wir nach unten gehen, kaufen wir den Dip direkt ein. Ich habe ehrlich gesagt die Limit Orders bei 38.000 und bei 43.000 Dollar schon rausgenommen, weil ich, je länger wir hier oben waren, immer sicherer war, dass es nicht mehr auf 40.000 oder 30.000 Dollar gehen wird und ich denke auch anhand von 4 Ingredient Index, an der Hand von Panik im Markt, denke ich auch, dass es nicht mehr so viel Platz nach unten gibt, wie man jetzt befürchtet und dementsprechend hier bei 50.000 Dollar Limits drinnen und sollte man dann weiter fallen, ein Liquidierungspreis aktuell bei dieser Position ist bei 33.000 US-Dollar. Also genug Platz nach unten und dann auch genug Zeit, um in diesen, wenn sie kommen, tiefen Preisbereichen nochmal zu kaufen. Wenn du selber Traden lernen möchtest, empfehle ich dir immer ein Demokonto zu nehmen, die sind komplett kostenlos und du kannst über 100.000 Dollar an Demogeld nehmen und einfach mal zum Traden üben, verwenden, das Ganze funktioniert auf BitGet, der Link zu BitGet ist unten in der Videobeschreibung, kannst du natürlich wie immer kostenlos deinen Account registrieren und erhältst natürlich auch Einzahlungsbonus. Wenn du aktiv im Markt bist, lohnt es sich sicherlich auf Levex mal reinzuschauen, dort kannst du ohne KYC Positionen eröffnen, einzahlen, auszahlen und es gibt hier auch für aktive Leute wie immer noch unser Tournament, das läuft jetzt noch bis Ende Juli und es gibt über 1.500 Dollar extra Preisgeld für alle, die aktiv sind im Markt und noch dazu bekommst du für jede Ersteinzahlung einen genauso großen Bonustrade. Also wenn du 100 Dollar oder 5.000 Dollar einzahlst, bekommst du eine genauso große Trading Position als Bonus und alle Gewinne, ob du Bitcoin Long oder PP Short tradest oder irgendeine Meme Coin hebelst, alle Gewinne aus diesen Positionen gehören dir und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ist natürlich eine Art von Neukundengewinnung, genau wie du es jetzt gerade bei vielen Sportwetten so siehst. Da gibt es immer Bonus- und Preisgelder, die du abstauben kannst und eben hier 1.500 Dollar zur Verfügung gestellt, würde ich einfach mitnehmen. Das Video zu Levex, wie du auch den Bonus bekommst, habe ich dir hier zusammengefasst, ist hier oben verlinkt, kannst du dir gerne noch mit ansehen. Bitcoin selber würde ich jetzt auf jeden Fall mal einfach vorsichtig sein, wie gesagt die Limit Orders im unteren Bereich sind bereits platziert, die EMA Ribbons am Daily Chart, die haben nicht halten können. Am Wochenchart sind wir gerade noch so mittendrin, aber sehen hier schon mal ein bisschen Kaufreaktion. Ich würde das ähnlich hier sehen mit einem Worst-Case-Szenario, dass man ans untere Ende der EMA Ribbons kommen könnte. Vielleicht auch kurz drunter dippen, vielleicht. Aber auf dem großen und ganzen stehen wir hier wie 2017 und 2020 auf dem Punkt, wo man das alte Altium High nach oben hindurch bricht und dann wäre eigentlich das Bullrun-Territorium und die neue Preisfindungsphase erst hier aktiviert. Wir können das hier einfach mal reinnehmen, dass man es einfach verdeutlicht sieht. Hier dieser Pfeil signalisiert, altes Altium High, jetzt könnte es eigentlich nach oben hingehen, aber man hat vorher noch mal diesen Tauchgang mit reingenommen. Es wird einfach noch getippt. Und das einfach spannenderweise, obwohl wir auf den Weltmärkten, Aktienmärkten und Indexen hier großes Kaufvolumen sehen, hier wirklich die Kurse in Altium Highs traden, ob jetzt irgendwelche Einzeltitel wie zum Beispiel Apple hier komplett nach oben eskalieren, obwohl schon mit die größte Firma auf dem Planeten ist. Dann haben wir auch Nvidia gesehen, die unglaublich nach oben gezogen sind und Bitcoin schwächelt hier eben. Da muss man eben schauen, warum und wie gut sind die Aussichten, dass wir mit dem Aktienmarkt wieder mitziehen werden und Altium Highs erreichen. Und da müssen wir einfach die Abverkaufsinstanzen ein bisschen eruieren. Einerseits haben wir natürlich das Wallet der deutschen Bundesregierung und auch die Montgocs Wallets sind hier relativ aktiv geworden mit Rückzahlungen. Und ja, die Abverkäufe in Milliardenhöhe, die finden gerade statt und werden natürlich auch zukünftig befürchtet. Und da muss man sich einfach mal ansehen, was der Markt mit solchen Aussichten macht. Und seht euch hier diese große grüne Tageskerze an. Dann machen wir mal unsere Zeichnungen weg, die EMA-Ribbons machen wir weg und messen uns das hier mal aus. Alleine Fake News, dass der Bitcoin Spot ETF erlaubt und zugesagt wird, hat hier einen 10% Pump an einem Tag ausgelöst. Und dann das Frontrunning, sprich die Erwartung auf Millionen und Milliarden Zuflüsse, haben hier dann bis zum tatsächlichen Launch nochmal 80% Kursgewinne hervorgerufen, bis der eigentliche Kurstreiber dann aktiv wurde und zwar die Akkumulation der ETF-Teilnehmer, sprich hier nochmal 50% nach oben gepumpt. Jetzt erwartet der Markt durch diese News massive Abverkäufe, genau wie wir es hier mit Zuflüssen gesehen haben und es wird schon mal Front gerannt, es wird schon mal abverkauft. 26% Korrektur ist hier übrigens die größte, die wir in diesem Run-Up bisher gesehen haben. 20%, 22% hatten wir öfter mit dabei, aber alleine, das hat ja dieser Tweet ganz schön beschrieben, eine 25% Korrektur hat bei manchen Leuten die Lebensfreude weggenommen und man sieht hier einfach nur bitterrote Zahlen, vor allem auch im Altcoin-Markt ist es recht, recht heftig und ich möchte noch auf Altcoins und Leverage mit drauf eingehen, wo hier denn wirklich mehr Risiko ist und vielleicht verbilde ich der aktuelle Sachstand auf dem Markt einfach mal, dass bei Hebel nicht mal mehr so viel Risiko dabei ist, als wenn man rein auf Altcoins hodelt und auf Altcoin-Ultimize hofft. Also kurz zusammengefasst, der Drawdown ist schon mal stärker als in den letzten anderthalb Jahren vorher und die Angst im Markt ist relativ hoch und vor allem auch die Hebelverluste, weil hier einerseits seit FTX nicht mehr so große Liquidierungen mit dabei gewesen sind und das ist auch schon mit ein weiterer Abverkaufsbegründer, nicht Mt. Cox, nicht die deutschen Bitcoin Wallets, sondern einerseits Frontrunning auf tiefere Kurse, das man jetzt schon verkauft und dann auch das Auslösen von Liquidierungen bei Long-Positionen, wo auf Kredit gekaufte Bitcoins abverkauft werden müssen, was den Abverkauf in Summe natürlich nochmal ordentlich beschleunigt. Wir haben gesehen hier 600 Millionen Dollar an Liquidierungen in 24 Stunden und aktuell haben wir Liquidierungen von 170 Millionen Dollar alleine mit einem kleinen Aufwärtsrückler im Chart. Also der Markt ist hier ordentlich überhebelt und hier werden natürlich nochmal die Kursausschläge in Long und Short Richtung beiderseits extrem beschleunigt und im Endeffekt fast verfälscht oder verstärkt. Wichtig ist eins zu sehen auf den Liquidation Heatmaps, nach oben hin haben wir über 20 Milliarden Dollar an Liquidierungen und ich denke, dass früher oder später ein Short-Seller bei Bitcoin auch noch seine Rechnung zahlen muss. Also hier der Markt stark bearish, stark am Shorten und das sind eigentlich gute Zeichen, um in die Long-Richtung zu denken. Ist aber natürlich jedem das Risiko selber überlassen und apropos Risiko, weil ich immer wieder höre, dass Hebel so riskant ist. Und ja, mit Hebel kannst du sofort dein Geld verlieren, das ist absolut möglich, aber wenn ich mir mal Altcoins ansehe und auf dem Ein-Monats-Chart hier sehe, 45% Verlust, 50% Verlust, 51% Verlust in einem Monat vom Kapital. Du startest mit 100.000 Dollar dein Portfolio, da hast du dann noch 50.000 Dollar einen Monat später. Also wenn du natürlich hudelst, dann kann es dir natürlich passieren, dass der wieder ins Plus rutscht, aber was bei Altcoins einfach manchmal der Sachverhalt ist, du hast manchmal ein totes Pferd gekauft, als es noch geatmet hat und das Ganze erlebt keinen Bitcoin Bullrun mehr. Das sind dann fast schon Opportunitätskosten, die du im Portfolio irgendwie mit drinnen hältst. Ein Beispiel, das man auch schon ewig kennt, ist zum Beispiel XRP. Dann haben wir Cardano. Also es gibt auch Altcoins, wo du die 100% Minus irgendwann durchs Hoddlen erreichst, vor allem auch gegen Bitcoin. Und da einfach mal zum Realisieren, du kannst auch mit Altcoins richtig fett einfahren. Und beim Hebeltrading ist es ähnlich, aber ich würde sagen, beim Hebeltrading kann man viel einfacher damit abschließen. Obwohl wir hier mit 2, 2,5 oder auch 3er Hebel auf Bitcoin und Altcoins gelongt haben, sind wir nicht viel weiter im Minus als normale Spotposition. Weil wir erstens mit Longposition ein bisschen länger gewartet haben und natürlich auch nur einen niedrigen Hebel nehmen. Aber meine Upside nach oben ist 3 mal so hoch beim BNB Trade oder beim PP Trade 2,5 mal mehr Gewinne als ein Spotkauf. Aber ich bin ja nicht recht viel tiefer im Verlust als jetzt im Endeffekt der Markt. Hat natürlich mit dem Timing zu tun, hat natürlich mit den einzelnen Coins zu tun, aber es sind Altcoins mal mindestens genauso riskant wie Hebeltrading. Wenn du es zumindest mit einem niedrigen Hebel machst, mit hohem Hebel ist natürlich der Hebel viel riskanter. Aber trotzdem einfach um zu verdeutlichen, die Gewinnchancen aktuell mit kleinem Hebel in gute Altcoins oder vielleicht Meme Coins reinzugehen, ist es mir persönlich wert, hier ein bisschen rein zu gambeln. Und abrechnen werden wir sowieso im Bullrun, wenn es über die Ultima Heist zieht oder die Trades einfach gut im Profit sind. Wollte ich euch aber nur zeigen, auch meine Positionen sind mit dem Verlust. Wichtig ist einfach euer Risikomanagement und ob ihr einfach auch mal mit Verlusten leben könnt. Das ist im Endeffekt was einfach mal passieren kann. Dementsprechend zusammengefasst, es sieht zwar nicht ganz so rosig aus, wir haben viel Support verloren in den wöchentlichen EMA Ribbons auf dem Wochenchart. Da sehen wir zumindest mal den ersten Kaufdruck. Hier hätten wir fast diese Wochenkerze noch über den EMA Ribbons schön grün geschlossen. Hat sich nicht so ausgespielt. Jetzt müssen wir ein bisschen tiefer nach Support suchen. Meiner Meinung nach wird hier auch das Sell-Off ein bisschen Front gerannt, wie das Frontrunning beim ETF. Im Worst Case würden wir hier im Sommerloch tatsächlich in den unteren Bereich der EMA Ribbons rutschen. Vielleicht sogar einen Wig drunter sehen. Aber das wäre in unserem Fall hier mit einem Dollarpreis bei knapp eben 50.000 Dollar, wo eben schon die nächsten Long-Positionen liegen würden. Und ja, die Crashes, die sind lästig. Aber wenn sie mal passiert sind, dann ist das Schlimmste vorüber. Und bestenfalls nimmst du dann natürlich die Upside nach oben mit. Und das ist, worauf ich mich gerade stärker konzentrieren würde. Unsere Wale machen es vor. Wir sehen wieder positive ETF-Zuflüsse. Hier dieser Strich 140 Millionen Zufluss. Nach eher Uneinigkeiten oder nicht wirklich definitiv positivem Inflow. Aber auch die Whale Wallets sind aktiver als nie. Und alle Wallets mit über 10.000 Bitcoin Plus drauf, halten gerade neue Allzeithöchststände an gekauften Bitcoins. Hier seit Juni alleine wurden 212.000 Bitcoins im Wert von 12 Milliarden Dollar aufgekauft. Und während der Retailer, der normale Kleinanleger hier verkauft, gehen die Wale aggressiv auf Einkaufstour. Genau das würde ich mir als Vorbild nehmen. Genau das ist die Orientierung, die ich mir persönlich setze. Und dann natürlich mit einem großen Zeitraum hier wirklich auch Gewinne wieder mitzunehmen. Dementsprechend soll es das für heute gewesen sein. Sei unbedingt beim nächsten Mal gerne in den Livestreams mit dabei. Es ist immer richtig cool. Einige tausend Aufrufe darauf. Und vor allem auch die Bewertungen immer bei über 90, über 95% standardmäßig zu haben. Dementsprechend gerne mal dabei sein. Dazu einfach abonnieren, Glocke aktivieren. Und vor allem unter den ersten 19.000 Abonnenten hier noch zu klicken. Und mir bleibt dann noch folgendes. Und zwar die maximalen Profite zu wünschen. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall im nächsten Livestream. Video, Telegram-Gruppe, YouTube-Kommentaren oder im Inner Circle. Ich wünsche euch vielmehr was. Ciao, ciao. Video, Telegram-Gruppe.